Beide! Sieht eh so kacke aus alles Ich würde mich interessieren, ob es bei vier Spielern mehr Gegner sind oder schwieriger Oh, da oben links an der Treppe Oh, der ist schnell! Der ist schnell! Wo ist er denn? Der ist Usain Bolt gewesen, da ist er ganz schön runtergeräumt Ey, ich werde getroffen! Close einer Oben links auf dem Hang auch Oben geradeaus auf dem Hang auch Hä? Durch und durch geschossen Oben links steht noch Down Da kommt einer! Close! Close! Ja, dann soll der kommen Mit Vierfachzoom Alter, wo ist der? Irgendwo Links? Ne, der ist da unten und der schießt halt durch die Wand Von Sauhund Ne, da! In der Terrasse I don't see I don't see Boah Was ist das? Glaub schon Schöner Benzieher Zwei! Einer am zwei Noch einer, ja Mann Das Iltis Mobil Ja! Gibt's hell gar nicht Gleich sollten wir jetzt einfach schon mal zu B gehen, ne? Können wir das auch direkt einnehmen Bevor die Gegner da spawnen Boah, ich steh hier ganz kacke Ich will wieder meine Meinen Schutz Warum dauert das so lange, wenn man eh nicht angegriffen wird? Was soll das? Nütz Boah, hier hinter den Dingern ist doch gut, oder? Oh oh Die kommen Siehst du schon weg? Ne, aber hat er angesagt Ich hoffe die kommen wieder nur Oder kommen die auch von hinten? Doch, jetzt läuft wieder die Zeit ab Da kommen sie Links auf der Terrasse einer Runter Wo ist der kack RPG Die kommen da an den Autos Boah, rechts drei Einer an dem Haus durch Im verreckten Down Am Bus Einer rechts Links Down Nice Oh man, der unterbricht das Ach ne, hat er geschafft So Da, jetzt müssen die spawnen Die Da, du Er duckt sich. Ich sehe nichts mit der Scheibe zerschieße. Oh close, sie sind close, am Bus, einer, uns zwei. Ich seh die nicht, was sind die denn, alles schießt? Oben auf der Brücke, am Van oben. Rechts vom Van. Kommt einer. Kommt einer. Kommt einer. Kommt einer. Kommt einer. Okay, wir haben Frontless Zone Bravo, es ist being taken. Oh nein. Bravo. Bravo is clear, we got it. Insurgents are moving to retake the objective. Oh nein. Ich gehe erst mal auf den Pistil. Die kommen von da hinten oder was heißt das? Keine Ahnung, wo die kommen. Ah, von links da hinten. Bei dir oder? Bei mir? Oh, woher? Ja. Oh shit. Die sind hier irgendwie überall. Oh, da kommt einer runtergerannt, einer close. Und down. Geil, one shot. Nice. Was? Nimm dir doch die Waffe da. What? Mann, von wo denn? Da war direkt noch einer hinter dem. Boah, das ist so schwierig. Was machen wir? Weiß ich nicht. Können wir nochmal ins Hauptmenü, dass wir vielleicht echt zu viert spielen. Ich mach mal, was ist denn Mehrspieler? Geh mal da drauf, da sind schon vier andere. Hä? Ich connecte gerade zu nem Server. Ja. Oh Mist, die ganzen guten Sachen sind schon weg. Warte mal. Was? Ganz allein. Wieso? Hä? Kann ich nicht. Wieso bist du nicht auf meinem Server? Wie? Wo bist du denn jetzt? Bin im Hauptmenü jetzt. Der hat noch die Map geladen, da konnte ich nicht raus. Ach so. Was macht er? Classic Latency. Bratwurst Glöckle. Das klingt gut. Geil, das ist also nochmal Riffelman. Was war das jetzt für ne Map? Na M4, man. Oh Gott. Fly. Und wir sprechen. Reload. 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 I'm down. Hahahaha. Wie kann man... Wie kann man... Wie kann man... Wie kann man... Warte Option. Einstellung. E-Bindings. Hat Anzeigen Auszeigen ist bei mir einfach mal nicht gebeindet. Sehr gut. Nochmal O. Gibt gar kein Auffall hier. Ja... Deshalb. Vielleicht ist die ganze Zeit aus. Ach das wär ja was. Kommunikation. Mikrofon aktiv in K. Hehehe. Jesus Christ. Everyone okay? He? He? Weiß ich. Bei mir verändert sich gar nicht, wenn ich auf O drücke. Der leckt sich übelst tot. Schmeiß einfach mal so ne Brandgranate da runter. Hehehe. 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 Ah ich bin am neben. Na das hat... Das macht ja nicht viel. Was müssen wir machen? Ich schmeiß einfach Brandgranaten auf meine eigenen Leute. Hehehe. Geh mal zu den anderen. Jetzt der Killfleet wieder raus. Ne Deathnotes war nicht. Destroy. Müssen da runter. Können wir sehen wie die das destroyen. Use Explosive steht da. Ah guck mal. Ich hab irgendwie die Hilfe angemacht. Hier. Es ist ne Explosive. Hehehe. 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 Fuuuuck. Hehehe. Hehehe. Talz. Ja. Ist das jetzt da unten? How can I destroy it? Hello. Hab ich geredet? Ne. Haben die jetzt einfach Granaten rein? Ne. Die haben immer was anderes gemacht oder? Ich hätte einfach den... Den äh... Wo bist denn du? Bin weiter zu F. Okay. Wieder oben. Ach du bist oben da. Ich bin mit irgendeinem anderen hier unten. Hallo ihr müsst da rein pushen. Bin tot. Mann. Ich wüsste gerne ob mein Sprachchat funktioniert. Ah ich hab Wallhack. Jemandem zugucke. Oh. Scheißgranate. Oho. Wir sind beide down. Das ist doch Griechen. Das sind schon Pussys. Guck mal wenn du X machst. Dann muss man da rein. Wenn du X machst, ne? Dann siehst du Wallhack. Ne. Die Leitnern. Lol. Wallhack. Hehehe. Meiner rennt voll vor und zurück. Tja. Irgendwie. Wo ist denn der nächste Checkpoint? Da hinten. Oh Leute. Das schafft ihr. Wie sieht denn die Map aus? Würde gerne mal eine Map gewinnen. Hä? Ist F das letzte? So aus. Oh. Wir haben endlich gewonnen. Ja. Oh der eine 35 zu 1. What the fuck. Wo ist der? Ja ganz oben. Jawoll. Mit nem 145er Pink. Hacker. Nimm alles hohe Pinks. Guck mal. Warum hast du nur so viel Score? Sieg. Weiß ich nicht. It was so easy. Ich hab ein Objekt eingenommen. Hat man mich noch gehört? Hello? Mich hört man nicht oder? Doch. Dich hört man. Achso. Die sind sehr leise finde ich. Ja. Und jetzt? Ja jetzt wählen wir eine Karte. Kandergal. Ja war doch nicht District Knight. Kandergal hab ich gewählt. Obwohl ne das Survival. Ich lieber Checkpoint. Bei Siege. Guck mal ein Siege. Kann ich denn ähm. Einstellungen. Ähm. Audio. Ach. Spielt man jetzt immer gegen Bots oder was? Nö. Bei mehr Spielern wahrscheinlich nicht oder? Da gibt's auch irgendwie Cooperative. Gab's ähm. Matchmaking gab's da auch irgendwas. Nach der Runde. Nach der Runde. Nach der Runde. Ich glaube ich schlafe. Mal guck noch was CS. Falls das noch läuft. So schnell einen Riffelman wählen. Hehehe. Wenn ich Sniper wählen. 4 mit einem. Oh was ist das für ne Map. Nehmen wir nur Red Dot. Äh. Starten. Ähm. Das ist so leise. Hörst du die laut? Äh. Relativ. Auf was hast du Sprachlautstärke, weißt du das? Es leckt! Es leckt! 35er Ping und es leckt Alter, ich weiß nicht ob das Fein liegt Alter, die schmissen die Granaten hoch Leg da! Und was hast du? Lautstärke? Lautstärke? Sprachlautstärke Auf mittel Area clear Alter, wie sie alle lenkt Hä? Alles leckt! Und wo? Hä? Was? What the? I guess we're supposed to hold onto it And they took over the... The capture point I just saw like 15 of them come Ich hab gar nicht Die haben den Checkpoint wieder eingenommen Oder was? Waren wir nicht da? Entscheidend Ich schmeiß sofort Granaten wenn die da um die Ecke kommen Da waren so viele Ja Yes Okay, let's get this done Wieso leckt der so? Weg! Alter weg da weg da weg da Ich hab doch nur ne Sniper ihr Noobs Hahahaha Mavrik hat einen Teamkameradeingriff Tal Shin Ruki hat einen Teamkameradeingriff Tal Huuuuh Sein richtig gesprengt Das ist echt Wurde gesprengt Der Biomech der geht die ganze Zeit in Restricted Area Hallo, bleibt doch mal bei Alpha Please You have to take Alpha They're on Alpha Take the control point Waaah Hahahaha I'll stay here and hold it I guess Ja, du musst nur 50 Sekunden warten We're gonna have to like Move up And defend at the same time Nein, eine Minute warten They're trying to take back the objective Die wissen auch nicht wie das geht ne Hahahaha Warning, you have entered Restricted Area Ja Oh, we gotta hold it for a minute You don't say Yes, it's a very important point They can't hear you Oh Oh man Oh man Kann sich nicht mit denen verstehen Na Ah! Was macht der? Hahahaha Der Frogo Ne, guck dir den Die Biomech an Der Biomech, der Der geht halt die ganze Zeit los Du hast den Frogo gesehen Nein Hahahaha 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 Geil, das ist auch alles Noobs Hahahaha Geil Hahahaha 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 Wir haben einfach mal zwei Granaten gefallen lassen Hahahaha Neeee Ich hab halt nur Smoke Granaten oder was. Das kannst du auswählen. Was denn? Ähm, Menü auf. Unter Explosive rechts. Den schmeißt die, pass auf, die schmeißt die gleich in den Bindern. Über Laser-Fam. Ich seh halt keine Gegner. Da kommt einer. Da kommen die Nades. I'm hurt. Geiler Typ. Fugu is down. I'm throwing a frag. I'm throwing a frag. Hey, we're taking Alpha. Let's take these Alpha. Alter, man sieht halt nichts durch dieses Kackfeuer. Hey John, look what I got. I see that. What? Such a big dick. Do this. Also hier verbrennen alle. Ne, die rennen durch. Die rennen einfach durch das Feuer. Toll. Ich werd im Fass eingelaufen. Da hat's gut schon wieder angegriffen. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das. Ich werde das. Wachst du in Cendier. Das ist ein, das. Das ist ein RPG. Das ist ein, das ist. Du hast das. Jetzt kommt da einer zieht aber keiner Alter der Furu der hat nichts gemacht Man, der gibt mir One-Hit Scheiße Mapful Sniper We're taking Bravo now Alle wieder da? Komisch, ach ich spawn schon dahinten Äh, von wem wurde ich jetzt erschossen? Ich weiß nicht Ich gehe meinen eigenen Weg Ich nicht Was ist das denn hier? Sackgasse Ah Boah Diese Waffe ey, wie sie verzieht Was? Was ist denn dieses C? Haben die das mal eingenommen? Die stehen schon drin Ich bin der einzige der es nicht mit eingenommen hat Ich bin da Ja vom eigenen oder was? 22,2 Kill-Death-Ratio 22,2 Kill-Death-Ratio Oh Snooperman, 54 ist nicht gut Ja du kannst doch einfach Waffen vom Boden aufnehmen oder? Wenn du keine Sniper willst Jaja, ich könnte auch noch eine andere nehmen können Aber ich hab jetzt einfach so gut benutzt Ich seh halt gar nichts Bei deiner Waffe da Sieht ganz kacke aus Von hinten, da ist einer reingepusht Ihr Scheißmates Mann Da stehen wir nach rechts Oh der letzte Scheiße Ah Scheiße Ey ich glaub ich bin mal raus Ja Damn Naja